Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Und zwar zocken wir heute Discontinue. Und ja, um was es sich bei dem Spiel geht, zeige ich euch am besten mal kurz auf der Steam-Seite. Ja, Discontinue ist ein Geschicklichkeitsgame, wo man auf einer Plattform steht und die bewegt sich fort. Ja, man hat die Möglichkeit mit beiden Händen Scheiben zu werfen und es erscheinen einmal rote Türme, die Laserstrahlen feuern. Es erscheinen auch als Hindernisse gelbe Türme, die man abwerfen kann, die dann wieder runtergehen. Und ja, so geht es einfach immer weiter. Es gibt da verschiedene Schwierigkeitsfaktoren. Es geht leider nicht von leicht nach schwer, sondern man muss immer irgendeinen Code eingeben. Ein vierstelliger Code war das, glaube ich. Und dann wird ein Level geladen und dann wird einem gesagt, ja, wie schwer oder leicht das ist. Und ich bin jetzt in dem Gameplay nicht unter Schwierigkeitsfaktor 20 gekommen. Ich weiß nicht, ob es darunter auch noch irgendwas gibt. Aber 20 war okay, also konnte man spielen. Es ist aber teilweise echt nicht leicht, muss ich sagen, wenn da wirklich, ja, links, rechts, vorne, hinten noch welche erscheinen, die man abwerfen muss. Und die Plattform geht ja meistens dann weiter. Ab und zu bleibt die dann mal stehen, wenn man ein paar Sachen abwerfen muss. Aber wenn die dann rundherum um einen erscheinen und die schießen auch alle, also dann wird es echt kritisch und man kommt ganz schnell in die Brodouille, sage ich mal. Und da muss man die relativ alle schnell abschießen. Ja, dann gibt es noch diese grünen Kreuze, um HP wieder zu generieren. Ja, es ist ein Spiel, was man einfach mal in der Woche mal anschmeißt, 30 Minuten mal zockt und ja, dann ist es auch wieder gut, weil also ich persönlich könnte es jetzt nicht irgendwie drei Stunden am Stück spielen. Aber nur mal kurz eine Runde so in der Woche ist ganz okay. 6,59 Euro kostet das Ganze. Finde ich auch vollkommen in Ordnung für ein Indie-Game. Und ja, ist kein schlechtes Spiel. Auch vom Look her gefällt mir das. So 80er-Jahre-Style, finde ich, hat das so ein bisschen was. So 80er-Jahre-Tron-Style. Ja, Coop-Modus wäre geil gewesen, wenn man da mit zwei Mann auf so einer Plattform steht. Upgrades wären nicht schlecht gewesen, wenn man da gewisse Upgrades hat, eventuell ein Schutzschild sich da noch irgendwie kaufen kann oder weiß der Geil. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die man da einbauen könnte. Ja, aber ich würde sagen, genug geredet. Ich gehe jetzt mal rüber ins Gameplay. Also viel Spaß. Okay Leute, hier sind wir bei Discontinue und ja, hier sind wir im Menü. Schauen wir uns mal kurz um. Also hier können wir unsere Level aussuchen. Hier hinter uns ist eine Highscore-Karte und ja, man sucht diese Level aus, indem man hier diese Codes eingibt. Und hier sehen wir auch selber die Leute, die hier gespielt haben. Hier hat er 101 ausgewählt, 1337 und so weiter und so fort. Und jedes Level hat einen anderen Schwierigkeitsgrad. Und ja, wir probieren es einfach mal 01. Dann schauen wir mal, was er dann lädt. Er lädt dann erstmal und dann zeigt er an, okay, wie schwer ist das Level jetzt hier? 25. Okay, ist schon, würde ich sagen, eigentlich zu viel. Das System finde ich ein bisschen komisch. Was ist denn, wenn wir einfach 001 eingeben? Also 001. Müsste eigentlich das erste Level sein, oder? Auch nicht wirklich. Okay. Der erste hatte 101. Probieren wir das einfach mal. 101. Difficulty 20. Okay, kann man natürlich machen. Aber das System gefällt mir nicht wirklich. Also eigentlich sollte es automatisch von leicht nach schwieriger gehen, meiner Meinung nach. Und dann kann man sich das natürlich selber nachher aussuchen, wenn 0 halt das leichteste ist und so weiter. Dann kann man sich selber steigern. Hier ist jetzt mehr Zufall gefragt. Aber ist egal. Wir zocken jetzt mal die erste Runde hier. Und ja, das ist einfach nur ein bisschen Intro vom Level-Design und so weiter. Hier haben wir einen Trainingsmodus, einen kleinen, wie man diese Diskus-Scheiben wirft, wie man hier diese Säulen zerstört und wie man sich am besten duckt und so weiter. Zeige ich euch jetzt aber alles gleich im Gameplay selber. Ja, dann viel Spaß. So, auf den Trigger haben wir bei den hinten jeweils können wir dann so eine Diskus-Scheibe holen. Okay, da kommt der erste Turm schon, den wir abschießen müssen. Gelbe Säulen können wir zerstören und rote sind immer Gegner. Jetzt nehmen wir die gelben Säulen und wir gehen dann auch kaputt. Sprayen wir mal ein bisschen hier. Okay, da oben kommt ein großer. Also wir können die werfen, wie wir wollen eigentlich. Jetzt müssen wir aufpassen. Boah, den habe ich gut getroffen. Boah, der war knapp. Aber wir müssen ein Schutzschild irgendwie haben. Alter, warum fliegen jemand rüber? Okay, jetzt kommen wir uns erstmal nicht mehr an die hier. In den hinteren stören, doch müssen wir sogar. Boah, ist aber schon schwierig für den Anfang, wenn nicht. Okay, da waren wir auch schon Geschichte. Okay, echt seltsam. Probieren wir nochmal. Probieren wir nochmal. Mal. 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 gar nicht schlecht. Den haben wir nicht getroffen. Fliegt der noch hinter uns rum. Da ist keiner mehr. Okay, vor uns. Manchmal werde ich irgendwie getroffen, obwohl ich keinen Laser gesehen habe. Okay, den können wir vielleicht, wenn wir da durchwerfen. Jawohl, haben wir gekriegt. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Da. Den haben wir auch gekriegt. So, jetzt müssen wir wirklich hier gehen im Raum. Ganz schön schwierig. Wir sollen den kaputt machen. Die können wir mal unter Beschuss nehmen hier. Das müssen wir sowieso. Jawohl, der ist kaputt. Okay, jetzt müssen wir wieder zerstören, sonst haben wir hier gleich ein Riesenproblem. Irgendwas muss ich jetzt noch kaputt machen. Dahinter ist was, ja. Ja, cool, mit dem wirklich laufen. Ach, hab ich doch getroffen. Komm. Toll. Können wir die eigentlich hiermit? Okay. Mit der Scheibe können wir die ein bisschen ablenken, aber wenn man damit versucht abzulenken mit dem Loch nicht. Also ist auch realistisch gemacht. Komm. Manchmal werfe ich zu hoch. Okay. Komm, geht doch kaputt. Werfen ist gar nicht so einfach. Besonders mit links kann ich kaum irgendwas treffen. Mache ich das oder kommt jetzt ein Endgegner oder so. Ha. T. U. P. A. C. Das müssen wir eigentlich nur ein großes V haben hier. Haben wir aber nicht. Machen wir hier. Tupac VR. Tupac VR. Ha. Ich bin sogar Zweiter. Aber lokal. Lokal ist ein bisschen komisch. Okay, probieren wir mal eine andere Nummer. 7, 7. Ne. 1, 0, 1, 7. 23. Ne, ist klar. Neun. Also der Balken wird dann, verändert auch die Farbe von grün nach rötlicher. Also das Level-Design gefällt mir. Also die Level-Auswahl gefällt mir gar nicht. So. 24. 20. Ja komm. Nehmen wir. 20 haben wir gerade auch überstanden. So. Jetzt müssen wir die ein richtiges Schild aussuchen können. Komm. Geht doch kaputt. Okay. Targets 4. Müssen wir mal schauen, wo die sind. Da ist einer. Da ist einer. Ah. Ich habe es mir gedacht. Ich glaube Herzfrequenz kann man sogar auch mit ins Spiel einbringen. Oh, ich darf noch was schießen. Ah. Ich habe es mir jetzt erwischt. Ich glaube wohl, oder? Ja. So geht es irgendwie besser. So schnell, wie die kommen, kann man gar nicht. Lasst mich durch. Ah, das ist schon heftig. Den kriegen wir noch da? Lanzanzanzanzanzanz! Das war's für heute. Das war's, oder? Das war's, oder? Hey! Okay. Hm. Machen wir einfach irgendeine komische Zahl. Ja, glaube ich, 27. Wollen wir bestimmt schaffen. Wenn man die gut ablenkt, kann man auch die Tür mal kaputt machen. Dann müsste man eigentlich mal probieren, ne? Aber dafür müssen wir die erstmal vernünftig auch ablenken. Okay, den haben wir geschafft. Also vom Spielprinzip her gefällt's mir eigentlich ganz gut. Auch wieder mal was anderes. Ist halt nur ein Spiel, was man einfach mal zwischendurch mal spielen kann. Und ja, halt halt keine Story. Und ich wünsche mir in VR einfach mehr Story-Games. Boah, zwei auf einmal. Wollen wir mal ein paar Punkte hier. Oh, jetzt kommen aber einige hier. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Kaputt, mach die kaputt. Okay. Okay. Das machen wir jetzt erstmal den hier. Ja. Dahinter sind bestimmt auch noch Gegner. Oh, jetzt geht's auch schon weiter. Ach, bitte. Ohch. Boah. Oho, oh, oh, oh. Okay, die haben wir direkt weg gebügelt. Jawoll, die drei sind weg. Die einen haben wir gekriegt von dem. Ich bin jetzt nicht sicher, lokal ist ja eigentlich bei mir, also sind das wahrscheinlich irgendwelche der Computer, Punktzahlen generierte. Wir machen jetzt mal 1, 2, nee, warte, wir müssen jetzt mal löschen. 1, 2, 3. Oh, wird rot, ich zieh auch 27, komm. 1, 2, 3. Komm. Ach, das krieg ich denn nicht. Oh, da hinten sind auch wieder welche. Ach, das war irgendwas, ein Stuhl oder so. Hau doch ab. Okay, den hab ich. Ich hab die Pflicht. Kaputt gegangen. Ich wollte eigentlich einmal noch schaffen. Mann. Komm. Einen müssen wir noch schaffen. 22. Man muss natürlich nicht alle kaputt machen, aber es gibt natürlich auch Punkte. Ah. Ah. Oh. 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 Wenn man doch immer so links und rechts, rechts und links, rechts geht, dann muss ich ja ...sich teleportieren könnte. Okay, den haben wir. Was geht wohl in die Arme? Ach! Jawoll! Wo ist noch einer? Einer ist auch da. Komm! Energie ist immer wichtig. Die Kamera direkt. Müssen wir nur aufpassen auf die... ...Rasor-Strahlen, die noch kommen. Das ist anstrengender als ich dachte. Der Schwierigkeitsgrad gefällt mir ein bisschen besser. Auf jeden Fall zum Reinkommen. Okay, da holt ihr wieder ein Licht. Geht in den Arm. Okay, jetzt müssen wir... ...wir machen den Weg frei. Okay, wow! Wow! Wenn man in einer Hand ein Schild hätte, wäre das viel cooler. So, hier ist kein Gegner. ... 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 Ja, Leute! Das war's, würde ich sagen. Gucken wir mal auf den Highscore. Ja, wir sind Erster geworden mit dem letzten Level. Weil so muss es sein beim letzten Gameplay erster werden. Aber ich denke mal wirklich, das ist nicht hier global, sondern wirklich nur lokal. Und das werden keine wirklichen Spieler sein, die wir hier haben. Ja, kommen wir mal zum kleinen Fazit, würde ich sagen. Das können wir auch hier unter der Brille eigentlich machen. Also vom Look her gefällt mir das echt gut. Erinnert mich so ein bisschen an 80er Jahre Computergames. Und ich muss auch nicht immer in VR diese fotorealistische, bombastische Grafik haben. Da reicht echt sowas, wenn das Gameplay in Ordnung ist. Und ja, ich finde es echt nett gemacht und macht Spaß. Ist ein Game, was man einfach mal kurz anwirft, sich ein bisschen auspowert. Und ja, also es ist echt anstrengender, als es aussah vielleicht. Also ich habe echt ein bisschen geschwitzt. Was mir echt nicht gefällt, aber habe ich glaube ich in dem Gameplay jetzt schon 2, 3 Mal erwähnt oder 4 Mal. Dieses Level aussuchen, das gefällt mir absolut nicht. Ich möchte echt von klein auf immer schwieriger werden vom Gameplay her. Und ja, hier muss ich mir irgendwie was aussuchen und hoffen, dass es halt dann für mich passt. Gefällt mir nicht und sollte man abschaffen. Nice wären hier auch noch irgendwelche Upgrades, die man freischalten kann. Vielleicht ein Schutzschild für eine gewisse Zeit, x Sekunden oder andere Discos, die eventuell auch mal ein bisschen besser zielen. Dass man da irgendwie 2, 3 von freischalten kann und die man dann halt verbrauchen kann. Das wäre echt cool. Einfach so ein bisschen mehr Abwechslung in das Spiel rein. Ein Koop-Modus wäre natürlich echt nice, wenn hier wirklich 2 Leute stehen und man kann sich so ein bisschen absprechen. Könnte dann auch gerne ein bisschen schwieriger werden. Also das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, cooles Game finde ich, kann man sich echt mal antun. Und ja, wer so ein bisschen Workout haben will und nicht unbedingt immer diese Musik-Rhythmus-Spiele spielen möchte, ist hier glaube ich ganz gut bedient. Und ihr habt jetzt am Gameplay gesehen, um was es sich hier geht. Von daher, entweder es gefällt euch oder es gefällt euch nicht. Und ja, da muss man entscheiden, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Ja Leute, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Gameplay hier oder mit dem Video hier. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und ja, ich würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, ja, wäre nice, wenn ihr mir ein Abo geben würdet. Wäre echt schön und ja, die Glocke nicht vergessen, ne? Die Glocke andrücken. Ja Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.